Europa-Meister Timo Boll, Düsseldorf, hat sein unfreiwilliges Aus bei der Tischtennis-WM in Budapest wegen Fiebers offenbar gut verkraftet. Ihm blutet das Herz. Er ist aber auch Profi genug, zu wissen, nicht auf Teufel kommen, rauszuspielen, und hat deswegen auch die richtige Entscheidung getroffen. Im Prinzip ist er klar, damit berichtete Antonius Kahrs, Mannschaftsarzt des Deutschen Tischtennisbundes, DTTB. Meist gelesene Artikel Fußball, Bundesliga Kovac über VAR, zurück in Steinzeit. Fußball, Bundesliga-Elfe-Aufreger, Müller-Ruder, zurück Motorsport, Formel 1 nach Unfall, Leclerc auf Rang 1 Fußball, Transfermarkt, Transfer-Tica, Bayern-Talent vor dem Absprung, Kampfsport, Wrestling-Schmerzhafter-Hieb für VW. Wie der Mediziner in einem Video auf der DTTB-Homepage weiter erklärte, ist die für Samstag geplante Heimkehr des Weltranglisten 5. aus Ungarn wegen seiner mutmaßlichen Viruserkrankung noch fraglich. Momentan geht es darum, dass er überhaupt transportfähig wird. Am Samstag geht sein Flieger, und wie es momentan aussieht, wird es knapp, sagte Kahrs. Bol war in Budapest bis zu seinem Ausfall auf einem guten Weg zu womöglich gleich zwei Medaillen. Im Einzel durfte sich der deutsche Rekordmeister für sein Achtelfinale gegen den Südkoreaner Jang Woo-jin gute Chancen ausrechnen. Im Doppel mit Patrick Franziska, Saarbrücken, hätte der Linkshänder sogar nur noch einen Sieg in der Runde der besten Acht für einen Podestplatz benötigt. Let's block its way.